Herzlich willkommen zu unserem heutigen How-To Video über die AC-Kopplung mit dem Fronius-Wechselrichter. Heute in diesem Video möchten wir Ihnen zeigen, wie Sie einen Fronius-Wechselrichter gemeinsam mit einem zweiten Wechselrichter verbinden können bzw. auch die Verbindung mit einem Fremdwechselrichter, also mit einem Fremdprodukt herstellen können. Hierfür haben wir einmal unsere sogenannte Multiflow-Technology. Mit dieser Multiflow-Technology haben wir die spezielle Fähigkeit, dass wir zwei Geräte miteinander koppeln können, ohne dass es eine physische Datenkommunikation zwischen den beiden Geräten benötigt. Das heißt, wenn wir uns das hier in unserem Aufbau anschauen, nehmen wir also an, Sie haben einen neuen Fronius Gen24 Plus in Ihrem System und wollen jetzt zusätzlich ein Standardgerät, einen Fronius Symo zum Beispiel oder auch einen Fremdwechselrichter in Ihre Anlage dazu koppeln, um dafür zu sorgen, dass beide Geräte visualisiert werden und dass beide Geräte dann zum Beispiel auch dazu verwendet werden können, um den DC gekoppelten Batteriespeicher am Gen24 Plus zu laden. Wie das funktioniert, das möchte ich Ihnen in unserer Schematik zeigen. Hier sehen wir einmal den Aufbau eines PV-Systems. Wir sehen hier den PV-Generator, der ist in diesem Fall angeschlossen an den Gen24 Plus. Wir haben dann optional hier einen Batteriespeicher an dem Gerät angebunden. Wir können mit dieser Energie sozusagen natürlich die Verbraucher im Haushalt versorgen und in das öffentliche Stromnetz einspeisen. Ganz wichtig in diesem System ist natürlich der Fronius Smart Meter am Einspeisepunkt. Dieser Smart Meter ermöglicht uns jetzt die Erfassung der Energieflüsse von und zum Netz und mit diesen Informationen können wir sozusagen die Energie intelligent im System verteilen. Ja, die Energie kann dann natürlich in den Nachtstunden auch wieder aus dem Batteriespeicher gezogen werden, um damit die Verbraucher im Haushalt zu versorgen. Das spezielle an der Multiflow Technology ist, dass jetzt sämtliche Energieflüsse zur selben Zeit stattfinden können. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, dass Sie auch aus dem öffentlichen Netz Ihren Batteriespeicher nachladen können. Das heißt zum Beispiel in Zeiten von günstigem Strom aus dem öffentlichen Netz können Sie hier auch die AC-Energie aus dem öffentlichen Netz verwenden, um den Batteriespeicher nachzuladen. Eine weitere Funktionalität ist jetzt eben die AC-Kopplung von einem zweiten Wechselrichter. Hier haben wir die Möglichkeit zum Beispiel das Ganze mit einem Fronius Wechselrichter zu machen in der ersten Variante. Das heißt, wir binden jetzt hier zum Beispiel einen Fronius Symo an, hier auch PV-Generator am Gerät angeschlossen und das Ganze wird dann AC-seitig einfach zusammengeschlossen. Der große Vorteil dabei ist, Sie benötigen jetzt keine direkte Datenkommunikation zwischen Gen24 Plus und Fronius Symo, sondern Sie können das Ganze einfach in SolarWeb nachträglich zusammenführen, die beiden Anlagen zu einem Fronius SolarWeb Gesamtsystem und Sie bekommen die gesamte Visualisierung, die gesamte Monitoring des Systems in einer SolarWeb-Anlage zusammen und Sie sehen das Gesamtsystem zusammengefügt. Ja, die zweite Variante, das wäre das Ganze abzudecken ohne PV-Generator am Gen24 Plus. Das ist natürlich auch jederzeit möglich. Durch die Multiflow Technology haben Sie jetzt eben die Möglichkeit, eine bestehende PV-Anlage, nehmen wir an, Sie haben schon einen bestehenden Wechselrichter, hier an diesen Gen24 Plus AC-seitig zu koppeln. Die Energieflüsse vom bestehenden Wechselrichter werden dann dafür verwendet, um den Batteriespeicher zu laden. Ja, das Ganze funktioniert dann natürlich auch mit Fremdprodukten. Nehmen wir an, Sie haben eine Fremdanlage zu Hause und wollen das Ganze um einen Gen24 Plus erweitern, dann ist das natürlich jederzeit möglich. Sie haben hier einmal einen Fremdwechselrichter, da ist es ganz beliebig, welches Gerät das ist, haben hier auch einen PV-Generator angeschlossen und können dann hier jederzeit auch eine AC-Kopplung vornehmen. Hier haben Sie jetzt die Möglichkeit, wenn Sie die Visualisierung und das Monitoring dieses Fremdwechselrichters auch über Soloweb laufen lassen möchten, dann können Sie das tun, indem Sie einfach einen sekundären Smart Meter, also einen zweiten Smart Meter, in dem Erzeugungspfad dieses Gerätes einbauen. Mit dem haben Sie dann die Möglichkeit, die Detailwerte von diesem Wechselrichter sozusagen auf Soloweb auch anzuzeigen und dieses Gerät mitzutracken. Rein für die Funktionalität, das heißt für die Aufnahme der AC-Energie dieses Geräts ist das Smart Meter nicht notwendig. Der ist sozusagen einfach nur für die Visualisierung und für das Monitoring zuständig. Wenn Sie hier das zweite Gerät nicht extra mittracken wollen oder möchten, dann können Sie diesen sekundären Smart Meter auch weglassen, wenn Sie kein eigenes Monitoring für dieses Gerät wünschen. Hiermit sind Sie sozusagen immer flexibel aufgestellt und können jederzeit Ihren Energiefluss unter Kontrolle haben, sehen sozusagen all Ihre Geräte zusammengefasst und können die Energie mit der Multiflow Technology jederzeit intelligent verteilen. Als zweites möchte ich Ihnen jetzt also zeigen, wie Sie die Einstellungen am Gen24 Plus vornehmen, um jetzt hier eine Anlage miteinander zu koppeln. Wir gehen hierfür einmal auf das Webinterface des Phonius Wechselrichters des Gen24 Plus. Wenn Sie hier wissen möchten, wie Sie auf das Webinterface kommen, schauen Sie sich hierzu gerne auch unser How-To-Video an. Hier haben wir ein eigenes How-To-Video produziert, wie Sie sich auf das Webinterface des Wechselrichters verbinden können, wie Sie zum Beispiel eine neue SolarWeb-Anlage anlegen können und wie Sie hier einen neuen Account registrieren können. Angekommen auf unserem Webinterface vom Gen24 Plus gehen wir jetzt also einmal in den Punkt Einstellungen rein. Den finden Sie immer auf der linken Seite und gehen dann einmal in den Punkt Gerätekonfiguration. Hier vergeben wir dann sozusagen geben wir einmal unser vergebenes Customer-Passwort ein und gehen dann im zweiten Schritt auf den Punkt Komponenten. Sie sehen schon, hier wird dann das technische Passwort, also das Techniker-Passwort abgefragt, mit dem Sie dann direkt in das System einsteigen können. Hierfür geben Sie bitte einmal das technische Passwort ein und melden Sie sich dann an diesem Gerät an. Ja, unter Komponenten haben Sie dann die Möglichkeit, hier direkt Ihre Komponenten einzusehen. Wenn der Wechselrichter schon, wie in diesem Fall, in Betrieb genommen war, sehen Sie hier einmal einen hinzugefügten PV-Generator, das heißt die PV-Paneele, die an dem Gerät angeschlossen sind und zusätzlich sehen wir einen Primärzähler, der bereits in der Anlage hinzugefügt ist. Unter dem Punkt Komponenten hinzufügen können wir jetzt jederzeit die Anlage um weitere Komponenten erweitern. Den ersten Punkt, den nehmen wir hier den Zähler und hier ist zum Beispiel der Anwendungsfall, wenn Sie eben ein Fremdgerät haben in der Anlage und Sie wollen dieses Gerät extra visualisieren, können Sie hier jederzeit einen sogenannten Sekundärzähler hinzufügen. Hierfür wählen wir einmal die Variante des Smartmeters aus, der hier hinzugefügt wird. In unserem Fall ist das hier der Fronio Smartmeter RTU und wir können dann auf der rechten Seite unter Anwendung wählen, ob das ein Erzeugerzähler oder ein Verbraucherzähler ist. Erzeugerzähler natürlich immer dann, wenn Sie im Erzeugungspfad sind, das heißt Wechselrichter, Kleinwasserkraftwerk, Windturbine. Es ist dabei auch ganz egal, was das für ein Erzeuger ist. Wichtig ist sozusagen einfach nur, dass er AC Energie liefert und damit können wir ihn auch mit tracken und monitoren. Alternative dazu wäre Verbraucherzähler. Das wäre zum Beispiel der Fall, wenn Sie hier einen zusätzlichen Verbraucher mit analysieren. Wir wollen wie eine Elektroautoladestation, eine Wärmepumpe, einen Heizstab oder ähnliches. Wir wählen also hier Erzeugerzähler. Ganz wichtig, wir vergeben eine alternative Modbus-Adresse. Standardmäßig ist immer beim Primärzähler die Modbus-Adresse 1 vergeben. Bei einem zweiten oder dritten oder vierten Smartmeter, hier bitte immer darauf achten, dass Sie eine alternative Modbus-Adresse, also zum Beispiel 2, 3, 4, durchnummerieren, dass nie zwei Geräte die gleiche Modbus-Adresse haben. Das ist ganz wichtig. Wir können für das Ganze dann noch einen Namen vergeben. Wir nennen das jetzt zum Beispiel Wechselrichter 2 und wählen dann noch eine Kategorie aus. Hier können Sie aus einer Vielzahl von Kategorien wählen, je nachdem welchen Erzeuger, Windkraftwerk, Blockheizkraftwerk oder eben einen Wechselrichter Sie hinzufügen möchten. Wenn Sie das eingestellt haben, klicken Sie einfach auf den Punkt hinzufügen und als zweiten Punkt können wir dann noch einen Batteriespeicher hinzufügen. Hierfür klicken Sie einfach auf Komponente hinzufügen und Batterie. Hier wie gesagt, das ist optional, wenn Sie eine Batterie haben oder dazu installieren möchten, können Sie dann hier jederzeit hinzufügen. Sie können dann hier auch noch die Batterie wählen. In diesem Fall wählen wir zum Beispiel die BioID-Batterie, vergeben hier die automatischen SOC-Limits und können dann hier unten im Sinne der AC-Kopplung jetzt noch wählen, dass die Batterieladung aus weiteren Erzeugern im Hausnetz zugelassen werden kann. Das heißt, um diese AC-Kopplung vollständig zu machen und auch AC-Energie von einem zweiten Wechselrichter oder Windkraftanlage oder Wasserturbine zu nehmen, können wir jetzt hier mit diesem Checkhaken einfach die Batterieladung zulassen und geben dann hier auf der rechten Seite die maximale Ladeleistung des AC-Enerzeugers an. Nehmen wir also an, Sie haben einen zweiten Fremdwechselrichter in der Anlage mit 6 kW AC-Ausgangsleistung, dann geben wir hier einfach ein diese 6 kW AC-Ausgangsleistung des zweiten Erzeugers und der Gen24 Plus wird diese Energie dann verwenden, um damit auch seinen Batteriespeicher laden zu können. Ja, wenn Sie das haben, gehen Sie einfach auf den Punkt hinzufügen. Am Ende ganz wichtig den Punkt Speichern nicht vergessen, dass er hier die Einstellungen übernimmt und diese neuen Komponenten dann auch im System annimmt. Ja, zu guter Letzt möchte ich Ihnen dann noch zeigen, wie Sie diese Anlage in Phonius Solarweb hinzufügen und kompletieren können. Hierfür gehen wir einmal in den Phonius Solarweb in die Web-Oberfläche, also in die Startseite rein. Wenn Sie hier wissen wollen, wie Sie eine Anlage in Phonius Solarweb online bringen bzw. einen neuen Account registrieren, schauen Sie sich hierzu auch unsere extra How-To-Videos an. In der Solarweb-Ansicht können wir jetzt heroben in dem Reiter Einstellungen direkt in die Einstellungen einsteigen und haben dann als dritten Punkt hier den Punkt Komponenten. Das heißt, wenn Sie jetzt hier zum Beispiel einen Phonius Symo mit einem Gen24 Plus kombinieren wollen, das heißt, wenn Sie hier die Daten zusammentragen wollen, dann ist es hier nicht notwendig, eine physische Verbindung der beiden Geräte herzustellen, sondern Sie können diese Daten einfach in Phonius Solarweb sammeln und haben damit die Möglichkeit sozusagen die Gesamtanlage aus Gen24 Plus und Snap-Inverter zusammen darzustellen. Hierfür müssen Sie im Prinzip einfach nur mit Ihrem ersten Wechselrichter die Anlage erzeugen, das heißt, Sie nehmen zum Beispiel den Gen24 Plus zuerst in Betrieb und fügen dann in diese bestehende Solarweb-Anlage einfach ein neues Gerät hinzu. Hierfür haben Sie einmal die Möglichkeit unter neues Gerät hinzufügen zu klicken und hier haben wir die Möglichkeit drei verschiedene Auswahlen unter Datenquellen-Typ zu treffen. Einmal Data Manager, also für die Snap-Inverter-Serie, einmal Gen24 bzw. Tauro für alle Gen und Tauro Geräte und einmal alternativ kann man auch noch den Watt-Pilot hinzufügen. Wenn wir Data Manager wählen, das heißt, nehmen wir an, wir haben im ersten System einen Gen24 Plus bereits in Betrieb genommen und wollen hier jetzt einen Data Manager, also einen Snap-Inverter hinzufügen, dann muss man im Prinzip nichts weiter tun, als den Data Manager, also den Snap-Inverter online zu bringen bei der ersten Betriebnahme und sobald das Gerät online ist, können wir über die Data-Logger-ID auf das Gerät zugreifen und diese Daten in die Solwebanlage einbringen. Hierfür benötigen Sie einfach nur die Data-Logger-ID. Die Data-Logger-ID finden Sie beim Snap-Inverter ganz einfach heraus, indem Sie den Access-Point am Wechselrichter öffnen. Im Display wird Ihnen dann direkt die Data-Logger-ID angezeigt. Das ist immer beschriftet mit der SSID Fronius- und dann die Data-Logger-ID. Hier können Sie sich abschauen bzw. auch ganz einfach, indem Sie sich einfach das Webinterface einloggen. Hier können Sie auch die Data-Logger-ID dann ablesen. Ja, Sie geben dann hier die Data-Logger-ID Ihres gewünschten Gerätes ein, gehen auf OK und fügen damit den Data Manager zur Gen24 Plus Anlage hinzu und ab diesem Zeitpunkt werden sämtliche Daten, die der Wechselrichter liefert, also Erzeugungsdaten zum Beispiel, an die Solwebanlage geliefert und Sie haben ein vollumfängliches Monitoring. Dasselbe geht natürlich auch mit dem Gen24 oder mit dem Tauro. Hierfür benötigen Sie die Seriennummer und den sogenannten V-Code. Ja, diese beiden Nummern können Sie beim Gen24 sehr leicht ablesen. Sie haben auf der rechten Seite vom Gerät einfach hier ein Dart-Typen-Schild und hier können Sie die Seriennummer und den V-Code jederzeit ablesen und dann entsprechend hier eintragen, um den Gen24 Plus in eine bestehende Anlage hinzuzufügen. Ja, das Gesamtsystem, das wird Ihnen dann sozusagen hier in Solo-App angezeigt. Das heißt, auch hier im Bubble-Chart sehen Sie dann die einzelnen Komponenten. Sie sehen dann, je nachdem, welche Smart-Meter Sie hinzugefügt haben, können Sie dann hier die einzelnen Daten und Werte ablesen und haben damit sozusagen das perfekte Monitoring, die perfekte Visualisierung für Ihr System hergestellt. Ja, ich hoffe, diese Information war hilfreich für Sie und Sie können damit Ihre persönliche AC-Kopplung vornehmen und können die perfekte Visualisierung den perfekten Betrieb für Ihr System sicherstellen.